Geht ganz locker. Bloß kein Stress. Geht ganz locker, NINJA. Die Sonne wird wiederholfen, um die Schmerzen zu erinnern. Als nächstes Sie den Sonnen sehen, er wird auf Ihren Seite gehen. Der Junge des Sonnen Geht auf die Erde. Toll, Kapitel 8, zwei Sonnen, fertig. Wow, was soll ich dazu sagen? Dreck. Chakra gut pflegen. Chakra ist super wichtig. Du solltest es nur durch Chakra Aufladung und das Sammeln von Chakra Kugeln regenerieren. Gar nicht wiederholt, also auf dem Zucker. Gestern ist Dream vom Mord angeschaut. Pfff, um ein Uhr hat er angefangen mit seinen fucking Starcraft 2, davor natürlich nicht. Geht. Wir sind zurück. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Lord Rikage. Lady Hokage. Wir senden Naruto und B. auf die battlefield. Sie müssen in unsere Hilfe werden können. Das war eine drastische Entscheidung, Lord Rikage. Das war eine drastische Entscheidung. Die ... ... ... Mehr als du, glaube ich. Great, so we get to go up against reanimated ninja in Pale Monsters. So, everyone's still fighting all over the place. That's right. Then I'll join the insanity! Time to get on the battlefields, each and every one of them! Multi Shadow Ball Jutsu! Chapter 9. Fight of the Kage! That bad feeling... It's coming from over there! Let's move, B! Naruto is crazy in a hurry, so it's time for us to scurry! Sooo schlimm bin ich diesmal nun auch wieder nicht. Ich werde dieses mal ungefähr nur einen 2- oder 3-stündigen Marathon einlegen. Von daher macht euch keinen Stress, wir spielen erstmal bis zur bitteren Vollendung. Vollendung! Aber jetzt erstmal... äh, mittelstarker Tauschstamm, jetzt im Angebot, Eisenkettenhemd, Verteidigungs... ...ähm... ...hmhm... 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 ...50%. Das können wir mittlerweile benutzen, brauchen wir aber eigentlich fast gar nicht. Ja... Okay... was könnten wir gebrauchen das Verlust einer Schadkranzeige wird ein bisschen hergestellt das klingt allerdings schon interessanter es kostet uns ganze 180.000 Rios kein Stress so hätte es uns mehr gekostet 10 Stück das wären 200.000 ich habe doch 50% eingegeben ist das lächerlich ist das lächerlich wie der mich hier abgezogen hat egal irgendwas musste ich hier machen Blitzschlag Kunai der Zerstörung davon werden wir jetzt ein paar gebrauchen können gibt es irgendwelche Mieten natürlich nicht wir brauchen ein paar mittlere noch das sieht noch ganz gut aus was wir gebrauchen können ein super Bindungszeichen ja für den Fall dass wir mal irgendwie Teamkämpfe haben oder sonst was also was ist denn das Abwehrbrecherfähigkeit wird verstärkt Briefbomben und Scheiß das braucht eigentlich kein Schwanz höchstens noch ein Angriff stärkt und wir haben kein Geld mehr Zucker das ist eh schon Wayne kauf mal eins noch alles klärchen Bärchen nee ich komm bei dir sicher nicht nochmal einkaufen weil du zackst mir hier nur ab du Wichser 50% ich zahle statt 20.000 18.000 Zucker nervt mir jetzt schon ich glaube nicht ich glaube nicht jemand ist nah dieses Gefühl erinnert mich an die alten Tage Sie sind Hitachi Uchiha und Nagato ich habe nie gedacht ich hätte nie gedacht ich hätte mich zu kämpfen zu kämpfen zu kämpfen von allen Leuten Naruto ich muss nicht sehen Sie für Jahre aber seitdem ich bin tot es fühlt sich wie es gestern du bist anders ja du meinst das das ist das ist Chakra das 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 Chakra unter Kontrolle das 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 unter Kontrolle ich Ich wusste, dass er es tun könnte. Er ist mein Juniur, nachher. Das bedeutet, dass du deine Gefühle verletzt hast, nicht wahr, Naruto? Ja, wegen der Schmerz, die du mir taughtst. Der Wasserfall der Wahrheit mit B, meine Mutter und Vater. Ich bin so weit dankbar zu all of you. Naruto, ich möchte dir etwas fragen. Das ist lustig. Ich möchte dir auch etwas fragen. Okay, das ist genug zu sprechen. Mit ihr zwei kombiniert, deine Macht ist großartig, um zu holen zu holen. Jetzt ist es Zeit für dich zu kämpfen. Huh? Ich dachte, dass wir immer noch sprechen. Sie sind kontrolliert wie Puppets. Sie können mir nicht helfen. Probieren wir mal anstatt dieses Chakra Bindungszeichen. Ich natürlich das so ein paar Bindungszeichen, was wir noch nicht benutzen können. Mal sehen, was es so bringt, wenn wir einen Effekt hoch haben. Allgemeine Stärke stark. Okay, Naruto gegen Itachi. Sehr wahrscheinlich. Oder? Habe ich recht? Ja, weil Nagato kann sich nicht so gut bewegen, muss man ihm sagen. Ihr habt seine Beine gesehen. Sechs Mal. Na dann. Na gut. Na gut. Na gut. Einmal habe ich sagen gewann. Viermal habe ich es angewandt. Fünfmal. Sechsmal. Kann man jetzt den Kampf bänden, oder? Wäre ich auch dafür. Ach, da habe ich gar keinen. Keine Chance. Ich dachte, du bist zu schwach geworden. Kein Stress. Zack, 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 zack und nochmal. Oh, Boah Zucker. Es gibt noch viel, was ich dir sagen muss. Ich weiß, dass ihr so zu quatschen habt, meine Freunde. Bin ich gespannt dafür. Äh, 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 Versprecher wurde ein Schwanz im Mund. So. Äh, natürlich. Treffer mit Chakrasprint. Hitachi, ich weiß, dass du schweig warst und wirst um die Village in Sasuke zu retten. Sasuke muss verstehen, dass du die Schmerzen durchgehst und wie weit du wirst. Aber er will, dass du die Schmerzen durchgehst. Er will, dass du die Schmerzen durchgehst. Nur das Gegenteil von dir. Er will, dass du die Schmerzen durchgehst auf die Village, die seinen Bruder zu schmerzen. Jeder in der Village weiß, was das? Kakashi und Kapitän Yamato waren mit mir, als ich hörte. Aber es gab keine Wahrheit, um zu unterstützen Madara zu tun. Also, Kakashi-Sensei sagte mir, dass ich ruhig zu halten. Ich glaube, dass jemand anderes weiß. Ich weiß. Dann weiß nicht, dass jemand in der Village über das. Das wird nicht verändern. Das wird nicht verändern. Und auch. Ich lasse Sasuke mit dir. Ich würde es nicht anders machen. Ich wusste, dass ich es richtig verletzt habe mit dir. Jetzt... Jetzt was? Das Visual Jutsu hat Naruto geschehen? Warum? Warum in der Welt kam eine Krone aus meiner Mund? Bruder... Bruder, warte einen Moment. Du hast gerade gesagt, dass du Sasuke als ein Bruder bist. Was ist, wenn Sasuke um die Schädel zu retten? Was würdest du dann machen? Ich habe ein paar meiner Macht mit dir mit dir. Was ist passiert? Was ist passiert? Der Krall, das war dein. Was hast du gemacht? Das war gut. War gut? Ah, ich verstehe jetzt. Was war das alles? Was war das alles? Relax. Ich habe mich jetzt kontrolliert. Ich habe ein neues Genjutsu aus dem Jutsu. Und er hat mich aus seiner Reanimation geöffnet. Ich heiße es, um die Schädel zu retten. Ich habe ihn geöffnet, damit die Krall reagieren, und die Schädel zu reagieren. Wenn die Zeit kommt. Was bedeutet das? Ich wusste, dass Sasuke sich die Augen für ihn selbst zu bekommen, um das reale Macht zu bekommen. Eternal Mangecure. Wenn das passiert, die Krall reagieren würde, um die Schädel zu reagieren, um die Schädel zu erscheinen, um den Genjutsu zu erscheinen. Das war das Plan. Das Plan? Warum hast du die Krall in mir gelegt? Weil du sagst, dass Sasuke ein Bruder für dich ist. Also dachte ich, dass du der einzige, der ihn zu retten kann. Weil für mich er einfach wie ein Bruder ist. Er ist mehr als ein Bruder für mich, als du ihm bist! Das war genug für mich. Es gab jemanden außer mir, der in Sasuke glaubte. Es gab keine Schädel in deinen Augen. Ich wusste, dass du jemanden kannst. Ich fühle mich wirklich, dass ich dich mit ihm zu retten kann. Und deswegen habe ich ihn mit dir, Naruto. Itachi, danke für mich zu retten. Ich... Du musst nicht mehr überraschieren. Du hast bereits mehr als genug für die Kirche gemacht. Also... Deine den Rest zu mir! Es ist gut, dass mein Bruder ein Freund wie du hast. Es ist gut, dass mein Bruder ein Freund wie du hast. Ich habe noch nicht Hitachi unter meinem Kontrollen. Aber ich habe dich noch immer noch. Mal sehen, was du kannst. Du bist, sage von den 6-Pathen. Die Macht des legendärischen Rene-Gon. Also, was ist weiter? Oh, mein Gott. Ich... Ich... Entschuldigung. Ich kann nicht... Kontrollen meine... Was? Was? Er ist zurück zu voller Kraft. Naruto. Ich bin zu gefährlich wie das. Du besser mich verletzt. Richtig! Ja, keine Ahnung! Itachi! Genau. Ich bin zu zweit. Lasst uns das, Naruto. Genau! Nein! Kein Stress. Dream Team, Naruto und Itachi. With his Mange-kyo in his eyes. Dieses Bento ist ziemlich krass stark. Zucka, 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 zucka. Boah, ich könnte echt mal frühstücken gehen. Ich habe so krassen Hunger, Leute. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das komplette Kapitel 9 durchspielen soll, bevor ich irgendwas anderes mache. Wir spielen jetzt erst mal. Zack. Kumpel, du bist viel... Zu langsam. Oh! Eula, da geht aber richtig ab. Der Zuckersack. Kumpel, ich habe mehr drauf als du. Du hast vielleicht... Du hast vielleicht... The Money and the Power. Aber ich besitze... The Power... Und so. Eingekesselt und tot. Zucka, was ich gespielt habe. Eigentlich... Ja, tut mir ja leid. Ich... Ich habe es nicht geschafft, über 60% zu bleiben. Es tut mir natürlich leid. Jetzt kann ich Level 4 Dinger benutzen. Das ist natürlich gut. Das freut mich natürlich auch. Ist ja auch klar. Was denn auch sonst? Also ich bitte euch. Äh... Das... Ist... Klar. Äh... So. Was kommt denn als nächstes? Jetzt müssen wir eigentlich Nagato sealen. Ähm... Also... Äh... Äh... Ihr wisst schon, also... Sealing Jutsu, also... Versiegeln. Genau. Er ist versiegelt. Der Totsuka Blade. Der Totsuka Blade. Es wird sie fast schon kurz verletzen. Alles, was noch zu sagen? Er... 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 H knows, du... Ruf vorst. Das wird präsendiert. Die After all, follow the path of peace, all the way to the end, Naruto. So long. Nagato. You all right, Naruto? Yeah, what about you? As the killer B, I'm as fine as I can be. That reanimation chutsu is the worst. Making you fight people you don't want to fight. I gotta end this fast. I'll put a stop to this war on my own. On your own? Yep, you heard me right. Leave the rest to me. I'll fight this entire war by myself. Don't try to bite off more than you can chew. Are you kidding? I can do this no problem. It's my duty. Well, you have grown stronger than before. But your new power has caused you to lose sight of what's important. Hmm? Remember, Naruto. Everyone in the village who once hated you has grown to like you. And think of you as one of their own. It's because you grew to acknowledge others, long to be accepted by them and did all you could to achieve that. You said you got this far thanks to other people. But now that you've got power, you've forgotten about the others. Grown self-centered. And someday... You'll end up just like Madara. No matter how strong you get, don't ever try to take it all on alone. If you do, you're guaranteed to fail. When your father Minato was Hokage, your mother Kushina and their friends were at his side. I know you have the very same dream as your father. So never forget this. Simply becoming Hokage won't make everyone accept you. Everyone's acceptance is what gets you there. Never forget your friends. Naruto. I made a promise to Iruka. I told him I always have your back. Maybe... I was thinking too much about what I needed to do. Hm. I know you've got what it takes to stop Sasuke now. Take care of my brother, Naruto Uzumaki. I'm counting on you. Hold on a second! Can't you go see Sasuke now? This is your chance! No. When I tried to take care of it on my own, I failed. This time, I'll leave it up to you, my friend. Where you going? I've got something to take care of. I'm afraid we'll have to go our separate ways here. Hitachi. Killer B. Killer B. Take care of Naruto. I got his back! We better get going too, Poptapops! Let's go. Thank you. .